Hier auf den ersten Blick relativ unspektakulär, nochmal ein Dressur-Sattel, klassisch schwarz, klassische Blätter. Aber hier musste darauf geachtet werden, dass die Schwerpunktkurve sofort abfällt, weil das Pferd nicht zu lang ist, aber der Reiter dafür dennoch sehr groß und dass der Sattel hier auch wieder früh genug ansteigt, damit der Reiter nicht in die Negativbelastung nach hinten kommt. Dennoch ist hier, wo der Sitzknochen ist, sehr wenig Schaum, sodass man sehr nah am Pferd ist und wo der Sattel nicht so tief aussieht, bringt er dennoch den Reiter sehr nah dran, weil er auch eine sehr schmale Taille hat.